Es ist interessant, wir haben teilweise ein sehr seltsames Verständnis und Bild von frommen Menschen. Wir denken, sie müssen Engel sein. Wir denken, sie müssen Engel sein. Deswegen sieht man diese Reaktion manchmal, wenn jemand, der praktiziert, irgendwas macht, was nicht richtig ist. Der Umgang mit ihm ist immer ganz anders als beispielsweise mit einer Person, die das und Gleiches und Hundertfaches jeden Tag macht. Damit hast du überhaupt gar kein Problem. Wenn aber eine Person, die versucht, den Diener auszunehmen und praktizieren, passiert mal etwas, sei es auch etwas sehr Schändliches. Und der Umgang von uns mit ihm ist ganz anders. Warum? Weil wir erwarten von ihm, dass er ein Engel sein muss. Wir erwarten von ihm, dass er ein Engel sein muss. Und es ist ganz interessant, ein Hadith von dem Al-Fadli ibn Abbas. Al-Fadli ibn Abbas war das, wenn ich mich nicht irre. Es war Saison des Hajj. Es war Saison des Hajj. Und er war mit dem Propheten unterwegs. Hat hinter ihm gesessen. Und er war gerade in den Handlungen des Hajj. Also in einer frommen Handlung. In einer hochwertigen Ibadah. In der Anwesenheit des Propheten Saison des Hajj. Al-Fadli ibn Abbas schaut sich die Frau an. Er richtet seinen Blick auf die Frau. Was hat der Propheten Saison gemacht? Er hat Al-Fadli ibn Abbas sein Gesicht mit seiner Hand einfach in die andere Richtung gemacht. Das war es. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das Interessante ist, der Propheten Saison hat danach nicht nochmal. Das war es. Also das hat keine weiteren Konsequenzen mehr. Aber das Interessante ist, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du bist in der Situation. Stell dir mal vor, du bist mit dem Propheten Saison. Stell dir mal vor, wenn einer von uns, wenn wir so in der Gruppe rumlaufen. Also wenn man ein bisschen, wenn man, ich weiß nicht, wenn man ein bisschen Anstand hat. Oder ich weiß nicht, ob ich das überhaupt Anstand nennen soll. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Glaubst du jemandem, selbst wenn er machen will. Da ist eine Frau. Er will gucken, aber er sagt dir, die sind alle hier. Wenn ich das mache, dann... Er macht das nicht. Aber jetzt stellt ihr, versetzt euch mal in die Situation. Wo der Mann ist. Hinter wem er ist. Das ist nämlich etwas menschlich, dass man mal aus Versehen, aus Versehen mal was macht. Dass man aus Versehen mal einen Ausrutsch hat, einen Fehler macht. Deswegen, Allah Ta'ala erwähnt im Koran, die Eigenschaft der Muttaqun, der Gottesfürchtigen. Wer sind die Gottesfürchtigen? Wer sind die Gottesfürchtigen? Die Engel? Allah Ta'ala sagt, wassabiquu ila maugfiratin min rabbikum wa jannah. Eilt zu einem Paradies. Eilt zu Vergebung und Barmherzigkeit eures Herrn. Und einem Paradies, dessen breite Himmel und Erden ist. Und erinnert für die Muttaqun. Vorbereitet für die Muttaqun. Das ist ein interessanter Teil im Koran, immer wenn er diverse Ahkamen nennt oder Versprechen und Drohungen. Wenn du das gehört hast, dann möchtest du auch wissen, gut, das ist für die Muttaqun vorbereitet. Wer sind die Muttaqun? Wer sind sie? Es ist ja für sie vorbereitet, ne? Und dann möchte man wissen, ich möchte auch dazu gehören. Was muss ich machen? Dann sagt Allah Ta'ala, er nennt ihre Eigenschaften. Allah Ta'ala, die ihr Vermögen ausgeben bei Wohlstand und bei Bedarf. Also auch selbst wenn sie dürftig leben. Allah Ta'ala, die ihren Grimm und ihren Groll zurückhalten. Also auch wenn sie in der Lage sind, auch wenn sie in der Lage sind, ihn auszuleben, sie halten es zurück. Und den Menschen vergeben. Und Allah liebt die Gutes tunen. Die Gutes tunen sind diese drei hier. Die Vermögen ausgeben, die sich in Kontrolle haben, die ihren Zorn und Grollen und Grimm in Kontrolle haben und die den Menschen vergeben. Das ist aber noch nicht alles. Wer sind sie? Er nennt noch weitere Eigenschaften. Wer sind sie noch oder was sind noch ihre Eigenschaften? Und jene, und das sind auch die Muttaquun, die wenn sie eine Fahisha machen, eine Schändlichkeit. Fahisha bedeutet, Fahisha heißt nicht eine Kleinigkeit. Fahisha bedeutet eine abscheuliche Handlung. Fahisha bedeutet etwas Abscheuliches. Und die, wenn sie eine Fahisha begehen oder sich selbst gegenüber Unrecht wahren, Allah Ta'ala gedenken, sich seiner erinnern und um Vergebung ihrer Sünden bitten. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und die nicht weiter verharen auf das, was sie getan haben. Das heißt, das gehört zur Menschlichkeit. Das gehört zur Menschlichkeit, mal Ausrutscher zu haben, mal Fehler zu begehen. Also stell dir nicht vor und erwarte das weder von dir selbst noch von anderen, dass sie Engel sein sollen. Und das ist etwas, das ich finde das paradox. Du hast kein Problem damit in deinem Umgang mit jemandem, der wie gesagt tagtäglich hunderttausend schlimme Sachen macht. Und jemand, der sich bemüht ist um den Islam, wenn er mal ein, zwei Sachen macht, die Reaktion von manchen Leuten auf diese Person ist ganz anders. Wenn sie ihn anschaut, schaut sie nur noch grimmig, spricht nicht mehr mit ihm und meidet ihn. Warum arbeitest du nicht die ganzen anderen Leute? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, manchmal derartiges Verhalten ist manchmal genau das, was die Menschen dann noch weiter runterziehen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als die Leute zu dem Mann, der dreimal Alkohol getrunken hatte, als sie ihn verfluchten. Was sagt er da? Er sagte, la tu'i'nu alaihi shaytan. Wir haben ihn verflucht und so weiter. Er sagte, helft nicht dem Shaytan, helft nicht dem Shaytan ihm gegenüber. Das heißt, diese Art von Verhalten kann durchaus dazu führen, anstatt dass man diesen Menschen wieder auf die Beine hilft, dass man ihnen noch weitere Tritte verpasst. Das heißt. Das heißt. Das heißt. Das heißt.